BlackRock reicht jetzt seinen Antrag für einen Ethereum Spot ETF ein, was das Ganze für den Bitcoin Kurs bedeutet. Dieses Thema gleich mit Liam in den Onchain Daten und News und damit auch ein herzliches Hallo von meiner Seite. Mein Name ist Timo und gemeinsam mit Finn und Liam werden wir uns heute die wichtigsten und interessantesten Themen aus dem Cryptospace anschauen. Finn spricht natürlich in den Charts über die wichtigsten Preislevel und warum wir jetzt aus charttechnischer Sicht beim Bitcoin Kurs einen Dump sehen könnten. Weitere Onchain Daten dann gleich noch mit Liam. Wenn euch das Video ganz am Ende gefallen hat, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir den ganzen einmal einen Daumen nach oben da lasst. Dafür schon mal ein ganz, ganz großes Dankeschön und wenn euch das Video gefallen hat, gerne einmal den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Damit unterstützt ihr uns, supportet uns. Jetzt möchte ich euch aber gar nicht länger aufhalten und würde sagen, wir starten einmal direkt rein ins Video. Okay Leute, dann auch nochmal willkommen zurück zum News bzw. Onchain Daten Part. Heute haben wir auf jeden Fall hier mal eine interessante News. Diese hat sich ja schon in der letzten Woche ergeben, aber jetzt haben wir hier nochmal die Bestätigung für und zwar BlackRock Files von Spot Ethereum ETF. Und das ist natürlich so dahingehend interessant, dass wir ja bis jetzt von BlackRock nur einen Bitcoin ETF offen hatten. Und BlackRock ist ja der größte Vermögensverwalter der Welt. Und dementsprechend würde auch hiermit nochmal das Tor geöffnet werden, auf Ethereum von institutionellen Investoren bzw. institutionellen Kunden von BlackRock jetzt auch Ethereum zu kaufen bzw. in den Ethereum ETF einzusteigen. Und das erhöht natürlich nochmal die Chancen, dass Ethereum auch in den nächsten, ich sag jetzt mal Jahren explodieren wird, nochmal deutlich stärker. Wir haben ja letzte Woche schon eine Kurs-Explosion bei Ethereum gesehen auf die News hin, ist Ethereum auf circa, also ich glaube über 2100 US-Dollar gegangen. Finden sich ja jetzt immer noch über 2000 US-Dollar, dementsprechend auf jeden Fall eine sehr gute News. Und man muss das natürlich dahingehend auch betrachten, dass wie gesagt BlackRock der größte Vermögensverwalter ist und jetzt beide Crypto ETFs, also Bitcoin und Ethereum ETFs in der Pipeline hat und auf eine Bestätigung wartet. Und das würde natürlich schon sehr interessant werden, dass dann diese beiden Währungen eventuell nochmal deutlich stärker steigen. Wir haben ja schon gesehen, die Rumore, die es um den Bitcoin-Spot ETF gab, sind ja auch schon extrem explodiert, was die Kursbewegung danach angeht. Also wir haben kleinste Gerüchte gesehen und der Kurs ist direkt komplett krank explodiert. Dementsprechend könnte das gleiche dann auch in Zukunft für Ethereum möglich sein. Dieses ganze S1-Application-File, was jetzt hier beantragt wurde von BlackRock oder ausgefüllt wurde von der SEC, habe ich hier auch nochmal aufgemacht. Hier kann man einfach erkennen, quasi hier SEC, dann hier iShares Ethereum Trust und dann quasi hier die ganzen Formalitäten ausgefüllt. Das bedeutet, der Antrag von BlackRock ist jetzt auch in trockenen Tüchern und wir können uns darauf einstellen, dass der Ethereum-Spot ETF wahrscheinlich in ähnlichem Zeitraum wie der Bitcoin-Spot ETF zugelassen werden wird. Wahrscheinlich, weil sie dann auch dort in diesem Zeitraum, was dann März und April angeht, ähnlich viele zulassen werden. Ich könnte mir gut vorstellen, dass alle Zulassungen noch bis dorthin gedrückt werden, weil bis jetzt haben wir ja immer gesehen, also bis jetzt wurde ja noch keiner zugelassen, sondern wir haben immer nur eine Verschiebung gesehen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das tatsächlich passiert bis zum Halving, beziehungsweise kurz nach dem Halving und dann alle zugelassen werden. Und dann wird das so ein riesengesammtes Event, wo wir quasi Halving haben, Start von den Spot ETFs, also von den Ethereum- und Bitcoin-Spot ETFs und dann natürlich auch Start des Bullenmarktes. Jetzt wollen wir aber nochmal vorgehen auf andere On-Trade-Daten und zwar haben wir hier nochmal Bitcoin Supply & Profit und hier können wir einfach erkennen, dass wir momentan Zeitpunkt, und dazu muss man natürlich klar sagen, momentan befinden wir uns ja schon wieder einigermaßen hoch mit dem Bitcoin-Preis, 37.800 US-Dollar, aber trotzdem befinden sich dort 84% der Bitcoin, die sich auf dem Netzwerk befinden im Profit. Und das ist natürlich schon sehr interessant, wenn man davon ausgeht, dass man natürlich bis zu 20.000 US-Dollar nochmal fast minus 50% hätte, aber natürlich auch bis zum All-Time-High fast plus 100% nochmal hätte, könnte man davon ausgehen, dass beim alten All-Time-High hier schon die meisten Leute fast 100% im Profit sind. Wenn eben jetzt schon 85% der Leute im Profit sind, dann ist es ja sehr wahrscheinlich, dass wenn wir um 100% steigen, diese Leute 100% im Profit sind oder sogar mehr. Dementsprechend hier auf jeden Fall eine sehr schöne On-Trade-Date, die ja nochmal zeigt, dass Leute, die jetzt schon im Profit sind, natürlich auch nochmal deutlich mehr akkumulieren können, denn ich würde sagen, viele von uns gehen davon aus, dass wir nochmal mindestens bis zum alten All-Time-High gehen, wenn nicht sogar höher. Und dementsprechend kommen wir auch ein bisschen zur letzten On-Trade-Date, die das auch nochmal ein bisschen einleitet und zwar haben wir das MVRV-Z-Score, also Market Value, Realized Value, Z-Score. Das ist einfach so eine Ratio, die sagt, ob wir mit dem Bitcoin-Kurs stark über- oder unterbewertet sind und dementsprechend können wir hier erkennen, dass wir also momentan zum Beispiel waren wir bei 60k, hier bei ungefähr 5,8. Bei 16k waren wir hier aber tatsächlich bei unter minus 0,2 und momentan befinden wir uns hier wahrscheinlich ein bisschen unter, ein bisschen über 1 und dementsprechend hätten wir hier auch, was die Bewertung von Bitcoin angeht, deutlich Platz nach oben und könnten theoretisch beim momentanen Zeitpunkt easy nochmal nachkaufen, wenn man eben, wie eben gesagt, davon ausgeht, dass wir bis zum All-Time-High, also bis zum alten All-Time-High auch noch fast 100% haben und wir ja alle davon ausgehen, dass wir noch stärker steigen werden als das alte All-Time-High. Also dementsprechend sehr interessante On-Chain-Daten, die wir haben, auch wieder auf eine bisschen längere Frist gesehen, schon sehr bullische Daten und natürlich auch mit den News rund um die Bitcoin und Ethereum Spot ETF sieht das Ganze natürlich ziemlich gut aus und nach einem ziemlich guten Setup, was wir hier haben für den nächsten Start des Bullenmarktes und Leute, das war es auch mit den On-Chain-Daten bzw. News und ich gebe weiter zu Finn mit der Chart-Analyse. In den Charts stehen wir jetzt wieder vor der engen Entscheidung, ob wir jetzt eben diesen Resistance-Bereich hier nach oben hindurch brechen können oder ob wir jetzt nochmal davon abverkauft werden. Das Ganze müssen wir uns jetzt nochmal etwas genauer anschauen, denn wie gesagt, ist es aktuell entscheidend, ob wir natürlich aus diesem großen Rising Wedge, der jetzt aktuell hier einen doppelten Resistance-Bereich für uns bildet, nach oben ausbrechen können oder eben nicht. Wir hatten die letzten Tage ja schon drüber gesprochen, das heißt, wir schauen uns das Ganze jetzt nochmal etwas genauer an, um hier wirklich zu sehen, wo jetzt nochmal die wichtigen Punkte sind und wo ich ausmache, ob Bitcoin jetzt erst weiter long oder vermutlich eher weiter short gehen wird. Das Ganze würde ich mir jetzt mal etwas genauer anschauen, dafür würde ich sagen, starten wir jetzt hier mal auf dem Daily-Chart rein und schauen uns hier wirklich mal an, was hier jetzt die wichtigsten Resistance- sowie Support-Zones für uns aktuell sind. Wir hatten ja gestern einen sehr, sehr bullischen Daily-Close, muss man ganz klar sagen, wir waren hier bei unserem lokalen Hoch oder zumindest fast bei unserem lokalen Hoch bei knapp 38.000, muss man hier an der Spitze wirklich sagen. Gestern der Daily-Close sah auch sehr, sehr bullisch erstmal soweit aus. Wir haben hier sehr schön einen neuen Hoch beim Daily-Close gesehen, also wir hatten zwar schon mal eine Daily-Candle, die hier sehr nach oben gewickt ist, aber das wirkliche Close, den wir jetzt hier gesehen haben, der ist natürlich jetzt hier deutlich höher als den vorherigen, den wir hier unten gesehen hatten. Ich hatte ja gestern gesagt, für mich gibt es zwei wichtige Punkte und zwar einmal die 37.000, einmal die 37.500. Wir hatten den Daily-Close über beiden dieser Punkte gesehen, wir haben jetzt hier aber nicht einen massiven Pumpen darüber gesehen. Deshalb habe ich persönlich meinen Trade aktuell noch nicht zugemacht. Ich hatte ja gesagt, ich lasse den hier, wenn er jetzt zu stark in den Verlust abrutschen würde, der Trade würde ich ihn hier schließen. Habe ich jetzt noch nicht gemacht, denn wir haben eben nicht den vorherigen Hochpunkt, den wir hier hatten, überboten. Deswegen ist meine Stimmung persönlich jetzt noch nicht endgültig wirklich bullisch gestimmt. Wir haben zwar, wie gesagt, diesen sehr, sehr bullischen Daily-Close gestern gesehen, weswegen ich die Wahrscheinlichkeiten auch deutlich gesteigert sehe, dass wir jetzt erst weiter long gehen werden. Aber es ist für mich eben noch nicht endgültig entschieden, gerade weil wir natürlich auch die aktuelle Daily-Performance in Anführungszeichen wieder sehen, wo Bitcoin ja schon nochmal ein ganzes Stück korrigiert ist. Deswegen würde ich sagen, schauen wir jetzt auch mal auf die kleineren Timeframes, um hier wirklich zu sehen, was jetzt noch passieren müsste, damit wir gegebenenfalls jetzt wirklich einen Breakout sehen. Damit ich persönlich beispielsweise wieder hier eher von einem Short-Szenario ausgehen würde. Und zwar ganz klar sind hier ein, zwei Sachen zu beachten. Und zwar, wir sind aktuell noch ungefähr in der Mitte der Woche. Die Weekly Candle hat zwar einen großen Blick nach unten, aber hier ist eigentlich noch nichts entschieden, sollten wir jetzt nochmal abverkauft werden. Das heißt, wir müssen hier ganz klar beachten auf dem Vorauli-Timeframe, was jetzt in den nächsten ein, zwei Tagen hier passieren wird. Und aktuell können wir ganz klar sagen, das Top, was wir hier gesehen haben auf dem Vorauli-Timeframe, ist der Daily-Close gewesen. Danach haben wir nochmal einiges an Downside hier gesehen. Haben hier unsere obere wichtige Resistance-Linie, die wir hier eingezeichnet haben, nach unten hin nochmal durchbrochen. Direkt mit der nächsten Vorauli-Candle nach dem Daily-Close. Das heißt, direkt nach dem Daily-Close haben hier die Bären im Endeffekt wieder die Kontrolle übernommen, nachdem wir hier diesen sehr rasanten Aufstieg auch wirklich gesehen hatten. Das zeigt für mich auch wieder, die ganze Aktion hat hier relativ schnell stattgefunden. So, aber was lernen wir jetzt aus der ganzen Aktion? Aus der ganzen Aktion lernen wir jetzt mehr oder weniger zwei Sachen. Wir machen das gleiche Spiel wie gestern. Und zwar heißt es für mich ganz klar, solange wir einen Daily-Close überhalb der 37.000 sehen, also weiter hier überhalb unserer zweiten Resistance-Linie hier sind, also dieser Linie, ich kann sie hier mal ganz kurz einzeichnen. Wenn wir über dieser Linie hier den Daily-Close schließen, wäre das für mich erstmal relativ bullish. Wenn wir das hier rüber schließen sollten, wäre das auf jeden Fall sehr, sehr bullish für mich. Gerade weil wir jetzt eben den Wig hier nochmal ganz runter gesehen hatten, also hier auf das Niveau, ist es natürlich umso bullischer, wenn wir es beispielsweise hier oben schließen sollten, weil dann hätten wir hier einen relativ großen Buddy der Candle, aber dann hier eben noch diesen Wig nach unten. Das wäre dann eine sehr, sehr bullische Bewegung für mich zumindest. Dann hätten wir hier eine Aufwärtsbewegung gesehen, kleine Korrektur, sehr starke Aufwärtsbewegung und hier dann eben als letztes die eben beschriebene Candle, der dann eben grün sein könnte sogar theoretisch und mit einem Wig nach unten. Das würde dann auf jeden Fall sehr, sehr gut aussehen. Wie gesagt, wenn wir hier drunter schließen sollten, unter den 37.000, dann wäre das für mich auf jeden Fall ein Zeichen, dass wir nochmal eine Korrektur sehen könnten aus verschiedenen Faktoren, die ich gestern oder vorgestern schon erwähnt hatte. Aber wie gesagt, dafür müssen wir auf jeden Fall den Daily-Close hier drunter sehen. Solange wir den Daily-Close hier drin in dem Bereich sehen, also über den 37.000, gegebenenfalls aber unter den 37.500, wäre das für mich erstmal noch ein ganz klares Zeichen abzuwarten, hier noch keine überhetzten Entscheidungen zu treffen. Das heißt, mich würde meine Short-Hedge-Position weiter offen lassen, aber würde hier jetzt auch noch nicht weiter vergrößern oder beispielsweise meinen Swing-Long weiter hochskalieren. Sollte mein Daily-Close über den 37.500 sehen, würde ich das Ganze für deutlich, deutlich bullischer halten und würde mir langsam überlegen, ob ich gegebenenfalls meine Swing-Long-Position nochmal hochskalieren sollte. Weil ich mir dann eben vorstellen könnte, dass wir vielleicht auch wirklich, wie gesagt, wir gehen jetzt davon aus, potenzielles Szenario, hier ungefähr ist der Daily-Close oder irgendwo über diesem Bereich hier, also wäre der Daily-Close gewesen. Dann könnte ich mir vorstellen, dass wir vielleicht nochmal eine Day-Kerze hier irgendwo in dem Bereich sehen und dann vielleicht ja bei gegen Ende der Woche schon über den 38.000er Bereich hier ausbrechen könnten. Und wenn wir über den 38.000er Bereich hier ausbrechen sollten, innerhalb dieser Wochenkerze noch, dann hätten wir hier einen massiven Wig nach unten gesehen auf dem Daily-Chart. Sehen wir hier ganz klar, der Open war ja hier ungefähr auf dem Niveau. Und wenn wir jetzt, wie gesagt, eben, wir haben es eben auf dem Daily-Chart gesehen, hier oben drüber den Weekly-Close schließen würden, dann hätten wir hier ganz klar einen großen Wig nach unten gesehen beim Weekly-Close und eine grüne Kerze nach oben, was auf jeden Fall gerade mit den bisherigen Weekly-Candles, die wir gesehen haben, ein sehr, sehr bullischer Weekly-Close wäre. Und dann könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass der Bitcoin-Kurs noch weiter ansteigen würde. Wie gesagt, was wir dafür mindestens sehen wollen, ist ein Close über den 37.000, was das Ganze schon mal für mich wahrscheinlicher machen würde und was das Ganze für mich deutlich wahrscheinlicher machen würde, wäre dann ein Close über den 37.500 und was natürlich extrem bullisch wäre, sollten wir wirklich ein Close über den 38.000 sehen, was ich persönlich nach dem aktuellen Stand der Day-Kerze mit minus 2% für relativ unwahrscheinlich halte. Aber man muss natürlich sagen, wir haben heute auch noch knapp 10 Stunden Zeit bis zum Daily-Close, also wir könnten durchaus auch noch ein Close über den 38.000 sehen, das wäre dann auf jeden Fall extrem, extrem bullisch für mich. Wenn wir jetzt hier nochmal auf die kleineren Timeframes wirklich zu sprechen kommen, sehen wir hier ganz klar, wir hatten hier so ein kleines Rising Wedge, wenn man das so nennen will, hatten hier dann wie gesagt so einen Top-Punkt ja gestern beim Daily-Close gesehen und seitdem sind wir hier so ein bisschen am Korrigieren nach unten. Das Ganze ist ja erstmal weiter nicht schlimm, wie gesagt, jetzt haben wir hier unsere zwei Bereiche, wo es sehr interessant werden könnte, wo der Daily-Close jetzt genau sein wird. Wir haben noch 12 Stunden, das heißt noch 12 weitere One-Hourly-Candles werden hier kommen, so ein bisschen haben wir natürlich noch Platz, es könnte hier so ein Zwischending werden. Ich bin sehr gespannt, wo wir jetzt wirklich die Kerzen schließen sollten. Sollten wir jetzt hier gerade in dem unteren Bereich aber nicht Support finden, also sollten wir jetzt hier nicht den Downs sehen und hier wieder nochmal nach oben korrigieren innerhalb der nächsten 12 Stunden, sondern hier durch die 37.000 jetzt wirklich nach unten weiter abfallen, dann wäre das für mich aber eher das erste Zeichen, dass es hier auf jeden Fall nochmal ein bisschen Korrektur geben könnte und wir zumindestens jetzt nicht sofort weiter nach oben pumpen werden. Und wie gesagt, wir hatten es ja eben uns mal auf den Daily-Chart angeschaut, gerade wird es hier relativ knapp, wir sind hier relativ weit unten wirklich, also viel tiefer sollten wir auf gar keinen Fall den Daily-Close sehen, damit wir hier nicht einen Close unterhalb unserer Trendlinie sehen, das wollen wir eben nicht. Also gerade so in diesen Bereichen, wo wir uns jetzt so mit dem Kurs befinden, sollten wir bestenfalls eben nicht unbedingt den Daily-Close sehen, bestenfalls ein bisschen höher zumindest, damit wir hier nicht wieder auf der Waage stehen, weil immer wenn wir, sag ich mal, den Close auf der Trendlinie sehen, wissen wir eben auch für den nächsten Tag noch nicht ganz genau, ob wir jetzt diese Trendlinie in Anführungszeichen nach unten hin durchbrochen haben oder ob wir vielleicht einfach nur einen Bounce auf dieser Trendlinie gesehen haben. Das heißt, es wäre auf jeden Fall für uns deutlich, deutlich bullischer, wenn wir jetzt hier nochmal einen kleinen Aufkauf sehen bis zum Schluss dieser Day-Kerze eben. Wenn ihr jetzt persönlich davon ausgeht, dass wir hier nicht mehr weiter abfallen, dann könnt ihr natürlich auch gerne darauf traden, dafür könnt ihr gerne den Link in unserer Videobeschreibung nutzen, da könnt ihr unserer kostenlosen Community beitreten, da kriegt ihr Zugriff auf unseren Discord, könnt mehrere tausende Dollar an Belohnungen erhalten und viele weitere Vorteile wie Tutorials und der Austausch mit der Community natürlich. Das Ganze ist wie gesagt komplett kostenfrei für euch und ihr kriegt die niedrigsten Gebühren bei eurem Wunschexchange. Wenn ihr also eh schon am Traden seid und das Ganze auch aktiv machen wollt und uns dazu bei noch unterstützen wollt, da könnt ihr wie gesagt gerne den Link in der Videobeschreibung nutzen, das ist komplett kostenfrei für euch und lohnt sich auf jeden Fall, würde ich mal behaupten. Und sonst würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder im täglichen Update, sonst natürlich gerne ein Like und ein Abo da lassen, freut uns mal sehr, unterstützt uns und jetzt verabschiede ich mich auch für heute. Ciao, ciao.